... und gelernt hat, auch lange bei Ludger Baerbaum im Stall war. Ja, heute Nachmittag eine Einlaufprüfung, den Hengst Christian vorgestellt hat. Und jetzt ist der 13-jährige Carsten, der Holsteiner, sein sportlicher Partner. Jamie Gondel ist zu Hause in der Grafschaft York im Norden Englands. Von dort her angereist mit diesem Pferd, dem er in diesem Jahr schon Sechster war, im Fünf-Sterne-Grand Prix von Budapest in Ungarn. Vom Cassini zweimal China-Sets. Es passt alles, auch die erlaubte Zeit hier. Kein Problem. Und damit ist Jamie Gondel mit Carsten im Stechen mit von der Partie. Sechstes Paar, das wir auf die Stechteilnehmerliste schreiben werden. Ja, ist hier gerade am Sprecherplatz vorbeigeritten mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Absolut verdiente Nullrunde hier. Auch starke reiterliche Leistung. Toll springender Carsten. Freuen wir uns drauf gleich im Stechen. Okay.